Erfolglos, ergebnislos, keine Lösungen für die Österreicherinnen und Österreicher und auch für die Steirer nicht. Das war der Teuerungsgipfel auf Bundesebene und ja, auch in der Steiermark braucht es dringend Maßnahmen. Auch hier ist die Landesregierung säumig. Deshalb werden wir Freiheitliche nächste Woche bei der Landtagssitzung auch eine aktuelle Stunde dazu einberufen und verlangen, weil es jetzt rasche, unkomplizierte Maßnahmen braucht, um die Steirer zu entlasten. Auch ÖVP und Grüne müssen endlich einsehen, wir können nicht zusehen, wie Österreich immer mehr verarmt und immer mehr Familien und auch unsere Landsleute unter Druck geraten.